Mein Name ist Wirtz und ich bin Dienstkundenleiter der Polizeiwache Innenstadt. Gegen 11.45 Uhr trat eine 23-jährige Fußgängerin aus der Haltestelle Hansaringen und verabsichtigt, die Hansaringen Richtung Maybachstraße zu überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt näherte sich eine Fahrzeugführerin aus Richtung Leberplatz kommt in Richtung Amt Kümpt ins Hof. In Höhe der Fußgängerfurt kam es zur Kollision. Die weitere Unfallursache muss durch eine Fachdienststelle, durch die der Unfallort aufgenommen worden ist, geklärt werden. Die Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt und befindet sich in der Uniklinik. Wie schnell das Unfallfahrzeug fuhr, wissen Sie das ungefähr? Das ist derzeitlich Gegenstand der Ermittlungen, dazu kann ich keine Aussage treffen. Ob die Person über Rot gegangen ist Fußgängeramt, können Sie da was zu sagen? Das muss auch geklärt werden. Das heißt, Ermittlungsverfahren, mehr können Sie nicht dazu sagen? Nein, mehr kann ich derzeit nicht dazu sagen. Super, danke schön. Das ist ein bisschen passiv, ja? Das ist ein bisschen passiv, ja? Das ist ein bisschen passiv, ja? Das ist ein bisschen passiv. 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 Untertitelung des ZDF, 2020